Einer ist Talgesgergen-Mittstag, bemerkte ich auf der dahintersten Plattelform eines Autoburses der Lins je es, eigenen Junigen Marren mich zu largen hattels, der eis'nen Hustmist einiger geflochzenen Bohratte, starteix'nen Ballendtöruk. Auf einimal herraschte er einigen nebenu' stehenden Auen, ohne behauptetste, dieser zrette ihr umabsichtlich jedem Smarrel auf dir Fürsse, wenn Farx Gäste... Moment, 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 das versteht ja keiner, also das ist, das ist ja viel zu kompliziert, das ist ein Text für Fortgeschrittene. Bitte das Gleiche noch mal einfacher, ohne diese hineingebastelten Buchstaben. Eines Tages gegen Mittag bemerkte ich auf der hinteren Plattform eines Autobusses der Linie S einen jungen Mann mit zu langem Hals, der einen Hut mit einer geflochtenen Borte statt einem Band trug. Auf einmal herrschte er einen Nebenstehenden an und behauptete, dieser trete ihm absichtlich jedes Mal auf die Füße, wenn Fahrgäste zu- oder ausstiegen. Im Übrigen brach er die Auseinandersetzung schnell ab, um sich auf einen frei gewordenen Platz zu stürzen. Einige Stunden später sah ich ihn an der Cour de Rome vor der Gare Saint-Lazare wieder, ins Gespräch mit einem Freund vertieft, der sagte, er solle seinen Knopf etwas höher setzen lassen, und zwar an seinem Mantel. So versteht man die Geschichte. Wenn sie ein anderer erzählt, klingt sie anders. Italianismen Eines Giorno. Ich steige im Autobus, war mezzogiorno, sie auf der Plattform. Und was für ein Mann ich sehe da? So eine Giovanuomo mit langen Hals, sie und komische Trätscher, so Dings, Schnur um den Kapello. Ich weiß der Giovanuomo attackare, ein armer Mann, wo der Städt bei ihm und meckert, weil der ihm pestare auf die Fusen. Aber der ihm überhaupt nicht pestare auf die Fusen, sie, aber dann ersieht eine freie Platze und presto, presto, lauft inne und setzt sich. Una hora später, ich sehe ihn di nuovo zusammen mit so einer Tipo, Belli im Brust und Serbinotto, so eine Dandi, sie, Lackaffe, der ihm gibt große Concilio von wegen seinem Mantello, von wegen einem Knopf. Ja, diese kleine Geschichte, diese vollkommen banale Begebenheit im Bus und vor dem Bahnhof an der Cour de Rome, erzählt Raymond Queneau in seinen Stilübungen. Er hat das übrigens selber erlebt, diese Zufallsbegegnung. Und jetzt erzählt er sie in seinem Buch immer wieder und immer wieder, jedes Mal mit einer anderen stilistischen Vorgabe, die meistens schon im Titel steht. Der Tag ist trist. Ich frisst ihn fast wie ein Tourist in einer öffentlichen Rappelkist. Da ist ein Langhals-Egoist mit Hutband aus Batist recht angepisst. Ein anderer nämlich Terrorist, trample ihm ständig auf den Rest. Doch dann vergisst er seinen Zwist, es ist wohl List und schießt mit einem Twist auf einen freien Sitz. Ich hab ihn nicht vermisst. Doch wisst, nur kurz da risst erblisst ich ihn vor der Giste Saint-Laziste, wo ihm ein Freund den Mantelknist vermisst. Die kleine, banale Geschichte. Zwei Szenen, jedes Mal am Anfang die Rempelei im Bus, danach das Wiedererkennen, das Wiedererspähen des Langhalses vor der Garne Saint-Lazare und der falsch setzende Knopf. Die Stilübungen sind hochintelligent, irrekomisch und ausgesprochen respektlos. Das ist eine für Raymond Cunot typische Mischung, die man auch aus seinen Romanen kennt, zum Beispiel »Saisy in der Metro«. Begonnen hat er diese Stilübungen zu schreiben bereits in der ersten Hälfte der 40er Jahre im deutsch besetzten Paris. Diese Stilübungen sind ein Paradebeispiel für die sprachspielerische französische Literatur des 20. Jahrhunderts. Man kann das als Akt der Befreiung bezeichnen. Er befreit die Sprache von ihrem üblichen Hauptzweck, nämlich zu kommunizieren oder eine Geschichte zu erzählen. Er spielt mit der Sprache, er spielt mit dem Erzählen und die konsequente bis überkonsequente Befolgung der Spielregeln führt Regeln an sich ad absurdum. Cunot dreht der Regelhaftigkeit die Nase. Und in der nächsten Übung ist dann wieder alles ganz anders. Das heißt, es gibt keine unverrückbaren Wahrheiten. Das ist urkomisch, aber es hat auch einen ernsthaften politischen Hintergrund. Wer die Macht der Regeln infrage stellt, mokiert sich über die Macht. Diese subversiv übermütige Seite ist eigentlich der Hauptzweck der Stilübungen. Das Spektrum der Varianten ist riesig. Wir haben über 120 Versionen. Manchmal ist es einfach Rollenprosa. Das heißt, aus einer bestimmten Stimmung, einer bestimmten Haltung heraus, erzählt sich die ganze Situation mit einem neuen Ton. Beleidigend. Nach einer scheußlichen Wartezeit unter einer fiesen Sonne stieg ich schließlich in einen widerwärtigen Autobus, wo ein Haufen Idioten zusammengepfercht war. Der größte Idiot von all diesen Idioten war eine Pickelfresse mit überdimensionierter Birne, auf der ein grotesker Deckel thronte, mit einem Kordelchen statt Band. Dieser Angeber fing an herumzupöbeln, weil ihm ein alter Idiot mit seniler Beharrlichkeit auf den Latschen herumtrampelte. Aber nicht lange und er ließ wieder Luft ab und verduftete zu einem leeren Platz, der noch feucht vom Arschschweiß seines Vorgängers war. Zwei Stunden später stolpere ich über denselben Idioten. Echt Pech heute. Der schwadroniert mit einem anderen Idioten vor der Gar-Saint-Lazare herum, diesem ekelhaften Kasten. Sie kauten sich wegen einem Knopf das Ohr ab. Ich denke mir, der kann sich sein Vorunkel höher oder tiefer setzen lassen, ganz egal. Nachher sieht er immer noch genauso scheiße aus, der Vollidiot. In anderen Übungen werden einzelne Sprachverfahren oder Stilmittel zum Alleinherrscher erklärt. Ob das nun Metaphern sind oder Anagramme oder Wortkompositionen. Ich Autobusplattformte mitmenschmenghaft in einer Lutetio mittäglichen Raumzeit Lutetio, Lutetio, Lutetia, das kenne ich von Asterix, Paris. Ich Autobusplattformte mitmenschmenghaft in einer Lutetio mittäglichen Raumzeit und nachbarte mit einem rotznasigen, tressebehuteten Langhals. Dieser sagte zu einem irgendeinen Anonymen, sie Rempel offenbaren mich. Nachdem er das ausgestoßen hatte, frei platzte er sich begierig. In einer späteren Raumzeitlichkeit sah ich ihn wieder. Er plaßt sein Lasarte mit einem X, der zu ihm sagte, du solltest deinen Mantelknopf ergänzen. Und ihm die Sache warum erklärte. Oder auch so, gastronomisch. Während des Wartens gratinierte mich die mit brauner Butter übergossene Sonne, bis ich endlich in einen Autobus mit Pistazienaroma stieg, in dem die Gäste wimmelten wie Maden in einem allzu reifen Käse. Inmitten dieser Tomaten bemerkte ich eine aufgeschossene Stangenbohne, ihr Hals so lang wie ein Tag ohne Brot, auf dem Kopf einen Pfannkuchen, der von einer Art Käseschneidedraht umgeben war. Dieses Kalb geriet ins Wallen, denn ein karamellisierter Windbeutel, der daraufhin quarkbleich wurde, würzte ihm seine an weißer Soße angerichteten Füße. Es wollte ihm ein paar pfeffern, gab dann aber schnell auf und verzog sich in eine freigewordene Backform. Ich saß auf der Rückfahrt wieder im Autobus und widmete mich der Verdauung. Da sah ich vor dem Bahnhofsrestaurant der Gare Saint-Lazare dies Würstchen im Schlafrock wieder im Gespräch mit einem alten Knochen, der ihm abgestandenen Rad zu seiner Bardierung gab. Der andere war darauf ganz schokoliert. Neben solchen Übungen, in denen ein bestimmter Filter auf die Wirklichkeit dieser Situation gerichtet wird, tritt auch eine ganze Reihe von Übungen, die feste Stilgattungen vorgeben. Klar, bei Stilübungen ja zu erwarten. Wir haben ein Sonett, wir haben ein amtliches Schreiben oder auch die kürzeste Gedichtform, den japanischen Haiku. Es ist der S. Langhals tritt Füße, Schreie und Rückzug, Bahnhof, Knopf, Begegnung. Ja, die Stilübungen galten eigentlich lange als unübersetzbar. Aber natürlich kann man sie übersetzen, das hat die Zeit erwiesen. Bereits 1961 gab es eine erste deutsche Version von Eugen Helmle und Ludwig Harig. Und im Laufe der Jahrzehnte wurden die Exerziste Stil in über 30 Sprachen weltweit übersetzt. Zum Beispiel in den 80er Jahren von Umberto Eco ins Italienische. Auch in Frankreich werden sie immer wieder neu aufgelegt. Unsere Neuübersetzung folgt der vollständigsten aktuellen französischen Edition von 2012. Sie enthält die alten Exerziste Stil, dazu neue Stilübungen, die schon länger veröffentlicht waren, aber auch bislang unveröffentlichte Texte und eine lange Liste von Titeln, die Raymond Queneau als mögliche Stilübungen bezeichnet. In Frankreich ist es geradezu ein Volkssport, danach eigene Stilübungen zu schreiben. Wir haben diese Tradition aufgenommen und für unsere Neuübersetzung uns eine Reihe von diesen Titeln hergenommen, um nach ihnen mögliche, mögliche Stilübungen zu schreiben. Zum Beispiel Redensarten. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Ich stand mir die Beine in den Bauch, die Sonne ließ keine Gnade vor Recht ergehen. Aber besser spät als nie. Oh je, in diesem Bus kriegte man keinen Fuß an den Boden. Der Teufel scheißt halt immer auf den größten Haufen. Doch ich bin ja ein Stehaufmännchen und brachte meine Schäfchen ins Trockene. Wer in der babylonischen Verwirrung den Hut auf hatte, war klar wie Kloßbrühe. Das lange Elend in der Blüte der Jugend hals so lang wie eine Hopfenstange. Jeder Tropf findet seinen Deckel. Der da trug Lametta am laufenden Band, das wand sich wie ein Aal. Ein Anblick für die Götter. Na, Lachen ist gesund. Und wer den Spott hat, braucht für den Schaden nicht zu sorgen. Das Barometer stand auf Sturm. Ein Elefant im Porzellanladen bekam den schwarzen Peter zugeschoben. Doch unverhofft kommt oft und Platz ist in der kleinsten Hütte. Alle Wege führen nach Rome. Wiedersehen macht Freude. Zu zweit geht alles besser. Ein Freund, ein guter Freund. Kleider machen Leute. Knapp daneben ist auch vorbei. Interjektionen. Pssst. Äh. Ah. Uh. Hm. Ha. Uff. Ey. Na. Oh. Pff. Boah. Hui. Hu. Au. Hey. Hey. Pff. Na. Hey. Pff. Oh. Hä. So. Will JCcan. See you. We're in probably a couple more.